So in etwa haben wir uns auch gefühlt, nachdem wir den Preis erfahren haben. Denn heute geht es um die Parkside PTSS 1200 D2 Tauchsäge und warum diese uns zum Ausrasten gebracht hat. Die Säge kommt mit einem 165 mm Kreissägeblatt und schafft eine maximale Schnitttiefe von 56 mm. Parkside bietet eine stufenlose Schnitttiefeneinstellung sowie eine Sägeblattneigung. Ein Sicherheitsschalter am Griff bewahrt dich bei Fehlern vor schweren Verletzungen. Der gummierte Softgrip fühlt sich besser an als ein kühles Wasser nach einem hochprozentigen Wochenende. Mit 5200 Umdrehungen pro Minute bei 1200 Watt Leistung kommt die Säge mit ordentlicher Leistung und einem sauberen Schnittbild. Das Sägeblatt lässt sich easy mit dem Standard Spindellok arretieren. Was haut Parkside für Zubehör mit oben drauf? Es gibt ein Universal-Sägeblatt, eine zweiteilige Führungsschiene, einen Spannauswurfadapter sowie das übliche Montagezubehör. Das Ganze bei einem Preis von 99 Euro. Für wen ist die PTSS jetzt die richtige Wahl? Für den Heimwerker, der ab und an mal einen Tauchschnitt setzen möchte, ist die Säge eine gute Wahl.